Sags dem Torsten, sags Sieglinde, sags den Eltern und dem Kinder Hallo und herzlich Willkommen zurück bei Life is Feudal Forest Village. Tja ihr Lieben, es scheint so, als hätte man unsere Stoßgebete endlich erhört, die wir Richtung Himmel geschickt haben, in der Hoffnung, dass vielleicht doch nochmal ein Patch zu Forest Village erscheint und was soll ich euch sagen, obwohl ich im letzten Gameplay Video noch vollmundig verkündet habe, die Entwickler werden sich wohl in ihrer Teamgröße beschnitten haben und dieses Spiel nicht mehr wirklich unterstützen, weil das letzte Patch, wie ihr wisst, ja schon etwas zurückliegt, es kam Ende März, bis dato ist sehr viel Zeit vergangen und da blieb natürlich die Frage offen, ob es nochmal Spieländerungen oder Verbesserungen gibt, wie auch immer. Es ist ein Patch erschienen, Patch 0.9.6156 ist erschienen, Massive Bugfix Patch nennt sich das Ganze und man hat hier einige Überraschungen parat. Ich versuche das jetzt einfach mal relativ knapp zusammenzufassen. Ich hoffe, ich erwische jetzt die wichtigsten Rahmendaten. Wenn ich was vergessen sollte, könnt ihr allerdings auch gerne euren Kommentar hinterlassen. Tja, was wurde getan? Was haben sie denn gemacht, die netten Entwickler? Und zwar, ja, lang ersehnt und erhofft, dass es nochmal spielumgebungstechnisch eine, ja sagen wir, auditive Verbesserung gibt, hat man wohl Töne für verschiedene Aktivitäten im Spiel und für Gebäude hinzugefügt. Das ist wohl der erste Punkt und mitunter finde ich auch einer der wichtigsten, denn das wirkte ja so ein bisschen flau an der einen oder anderen Stelle. Des Weiteren erfahren wir, dass unsere Sammler, ihr erinnert euch vielleicht an die Sammlerhütte, die man ja in der Buchsbaumhecke platzieren konnte und dort hat man also die Sammler eingesetzt, die sind dann losgezogen und haben wahlweise Obst und Gemüse gesammelt. Diese Sammler sollen jetzt weniger effektiv arbeiten. Im Umkehrschluss hat man allerdings die Landwirte auf den Feldern effektiver gemacht. Und finde ich macht auch Sinn, denn ja, im Wald findet man ganz sicherlich Bären, vielleicht auch Wurzeln und Gemüse, aber doch nicht in so einer Güteklasse oder Größenordnung, wie man das auf einem, auf einer Felderwirtschaft erwarten könnte. Deswegen finde ich diese Änderung durchaus sinnvoll. Wie effektiv die Landwirte auf den Feldern dann mehr sind oder wie viel effektiver mehr, das werden wir sehen. Das werden wir raustesten und dann können wir das auch besser einschätzen. Was hat sich noch getan? Es wird jetzt ein bisschen kompliziert, denn das ist ein bisschen verwirrend. Da hätte man die Community vielleicht ein kleines bisschen besser aufklären können, was da konkret mit gemeint ist. So können wir da auch nur spekulieren. Es sind einige kosmetische Verbesserungen der Beleuchtung wieder getätigt worden. Das hatte man ja im letzten Patch auch schon angekündigt, dass also zum Beispiel Beleuchtungseffekte der Straßenlaternen etwas schöner umgesetzt sein sollen und etwas besser eingebettet. Das hat man jetzt nun nochmal überarbeitet, inwiefern das jetzt nun dann sichtbar wird. Auch das werden wir sehen. Und jetzt wird es kompliziert. Es sind die PBR-Algorithmen verbessert worden. Ja, was ist das jetzt? Das ist ein bisschen schwierig rauszutüfteln. Ich habe jetzt so ein bisschen nachgegoogelt und einfach mal versucht, dahinter zu kommen, was damit einfach gemeint sein könnte. Und nach meinem Wissensstand geht es hier um die Verbindungsqualität von Datenpaketen. Das heißt, wie schnell erreichbar sind bestimmte Daten aus verschiedenen Ecken. Das kann auch bezogen sein auf Routergeschwindigkeiten, aber ich gehe mal davon aus, dass dieses Spiel insgesamt ja so netzwerklastig gar nicht ist. Also gehe ich mal eher davon aus, man meint eventuell, sage ich ganz bewusst dazu, eventuell die verschiedenen Datenpaketen im Spiel selbst. Ja, es sind angeblich mehr als 100 verschiedene Bugfixes und Crashfixes behoben worden. Ich kann mich selbst ja überhaupt nicht beklagen, denn einen Crash haben wir ja in den letzten Folgen überhaupt nicht erlebt. Ich hatte mal einen, das liegt aber schon wirklich lange zurück. Das war noch vor dem letzten Update. Und Bugs habe ich jetzt so auch nicht deutlich wahrgenommen. Also da müsste man dann wirklich mal gucken, was da konkret gemacht worden ist oder gemeint ist. Vielleicht fällt uns das ja an der einen oder anderen Stelle auf und dann können wir sagen, ah, guck mal, das war anders. Dann wissen wir mehr. Betrifft vielleicht auch eher die Spieler, die deutlich mehr gefunden haben und bei denen das Spiel nicht wirklich rund lief auf dem PC. Aber gut, wir werden sehen. Ja, was ist noch gemacht worden? Jetzt wird es langsam dann ein bisschen überschaubarer. Der Weidebetrieb ist optimiert worden. Auch da müssen wir gucken. Wir haben ja noch keine Weiden bisher in unserem Gameplay. Das heißt, Weidetiere wie zum Beispiel Rinder oder Schweine, Schafe, sowas. Da müssen wir mal gucken, ob das direkt für den Hühnerstall auch gilt, weiß ich jetzt nicht. Da müssten wir nachsehen. Und inwieweit optimiert, erfahren wir auch nicht. Auch da ist man wieder ein bisschen knauserig mit Informationen. Wir wissen nur, der Weidebetrieb soll optimiert worden sein. Es sind Fehler behoben worden, langsame Tiere auf den Weiden zu schlachten. Auch diesen Fehler habe ich jetzt so nicht wahrgenommen. Auch in meinen Spieletests zuvor nicht. Als ich die Rinderweide oder die Rinderfarm mal hatte, konnte ich jetzt nicht wirklich große Problematiken erkennen. Aber da wird man sehen, ob sich das rund anfühlt oder ob das Sinn macht oder sinnhaftig ist, wie die Weiden im Moment funktionieren. Und dann, ja, wer weiß. Vielleicht fällt uns dann auch an dieser Stelle etwas auf. Für diejenigen von euch, die vielleicht nicht unbedingt den leistungsstärksten PC besitzen, wohl die wichtigste Änderung. Denn das Spiel soll jetzt weniger Arbeitsspeicher benötigen. Also die RAM-Auslastung soll wohl deutlich verbessert worden sein. Dieses Problem habe ich jetzt nun nicht unbedingt. Aber wenn das Spiel schön flüssig läuft, kann uns das nur recht sein. Für mich am interessantesten, am schönsten und am wichtigsten ist, dass tatsächlich an der Spielmechanik nach wie vor gearbeitet wird. Dass man hier auch soundtechnisch noch auf der Höhe bleibt. Dass den Entwicklern sowas auffällt. Dass sie daran arbeiten, dieses Spiel noch ein kleines bisschen schöner zu gestalten. Und man nicht auf der Strecke bleibt und das Spiel links liegen lässt. Das finde ich wirklich ganz toll. Denn es entzückt und verzaubert einen ja schon. Und von daher, ja, finde ich das ganz, ganz großartig. Ich hoffe, wir können jetzt baldigst von diesen Änderungen profitieren. Es wird unser Spielerlebnis vielleicht wieder etwas ergänzen, erweitern und uns wieder etwas mehr daran erfreuen lassen. Und wir hüpfen einfach mal in unseren letzten Spielstand hinein. Nach Lamahausen wird natürlich jetzt durch die etwas längere Vorrede ein etwas kürzeres Gameplay-Video. Aber ihr seid zumindest auf der Höhe, was die Spieländerungen angeht. So. Okay. Der Schneefall wirkt ein kleines bisschen anders, habe ich so das Gefühl. Oh, und hört euch das mal an. Also tatsächlich, ich habe jetzt hier auf diese Mühle geklickt. Und auch hier haben wir jetzt schon Ton gehabt. War vorher nicht da. Großartig. Der Schneefall wirkt ein bisschen differenzierter. Große Flocken, kleine Flocken und etwas intensiver als zuvor. Jetzt würde ich sagen, schauen wir uns doch mal an, was hier an der Soundkulisse getan wurde, wenn man unterschiedliche Häuser anklickt. Also wir gehen mal auf den Medikus. Na gut, das ist gleich geblieben. Bäckerei. Die ist noch nicht fertig. Lagerhaus hat man hinzugefügt. Scheune auch. Also das ist doch toll. Schule ist gleich geblieben. Ah, und die Herrschaften geben jetzt Töne von sich, wenn man sie anklickt. Jetzt fängt mein Obermieter an zu bohren. Das ist ja wohl eine Frechheit. Ich muss sie aufnehmen. Was bildet er sie ein? Kann sein. Also wenn es jetzt im Hintergrund ab und zu mal ein bisschen Lärm gibt, dann ist es der Obermieter, der die Wände zerlegt. Also nicht wundern. Es wäre nur schade, wenn ich jetzt zwischendurch einfach unterbrechen müsste. Ja, also auf jeden Fall ist an der Soundkulisse gearbeitet worden. Das ist fantastisch. Hörst du auf zu bohren? Unglaublich. Schön. Hier haben wir noch ein Kind. Ach, das ist doch herrlich. Viel, viel mehr Atmosphäre jetzt. Was sagt der Mann? Hm. Mhm. Okay, das finde ich schon mal richtig toll. Apotheke ist gleich geblieben. Jagdhütte auch. Also, ne, ich teste mich jetzt hier so ein bisschen durch und dann gucke ich mir das an. Also, die alten Sounds, die schon existierten, die sind da geblieben, zu den Gebäuden, zu denen es keine gab. Ja, da hat man Sounds hinzugefügt. Insgesamt gibt es viel mehr Atmosphäre. Auch der Nebel ist dichter, nicht nur der Schneefall. Also, atmosphärisch hat man hier nochmal eins drauf gesetzt. Definitiv fast ein kleines bisschen zu viel aufgetragen, finde ich. Erst wenn wir wirklich sehr nah heranzoomen, löst sich das Ganze hier nochmal ein bisschen auf. Wäre interessant, ob die Tiere vielleicht auch irgendwann mal noch ein Geräusch von sich geben. Die Bären etwas brüllen oder sowas. Ja, muss man ja mal gucken. Auf jeden Fall gefällt es mir schon mal deutlich besser, was, äh, naja, die, die auditive Umsetzung oder, ja, die Tonale hier angeht, deutlich besser. Das finde ich toll. Das wirkte sonst vorher so ein bisschen brach gelegen. Es wirkte nicht ganz rund. Da fehlte einfach was. Das ist immer so ein Beigeschmack, so ein Gefühl, was hier einfach übrig geblieben ist. Und jetzt fällt mir auch noch auf, dass die Felder hier anders aussehen. Schaut mal, die Bodentexturen sind hier auch verändert worden. Hier sieht man jetzt auch bei den Apfelbäumen, dass hier direkt in diesen Rundungen auch der Schnee so in den Vertiefungen liegen bleibt. Das finde ich richtig toll. Wirkt alles ein bisschen, nochmal ein bisschen realistischer. Ich habe auch das Gefühl, man hat, es ist ja immer noch Winter, es ist ja immer noch Schneefall, man hat diese Überblendung, diese starke weiße Überblendung ein bisschen zurückgenommen. Ich meine, klar, wir müssen jetzt mal gucken, wie das Ganze wirkt, wenn der Tag angebrochen ist, ob das dann immer noch so überstrahlt. Aber es wirkt fast so, als hätte man die Nacht auch so ein bisschen klarer gemacht, was den Boden angeht. Auch hier die Beleuchtungen kommen jetzt viel, viel besser raus. Wenn man sich jetzt unsere Gebäude ansieht, dann sieht man auch tatsächlich, wo Licht brennt und wo nicht. Der Laternenschein ist relativ klein gehalten. Da hätte ich jetzt eher damit gerechnet, dass man da nochmal ein bisschen großflächiger beleuchten lässt. Aber es sieht insgesamt wirklich deutlich schöner aus und möglicherweise, das müssen wir mal testen, ist auch dieser Nachtzyklus ein kleines bisschen länger. Der war ja vorher wirklich sehr, sehr kurz. Jetzt sind wir immer noch in der Nacht. So kann man also auch hier die Abendstimmung deutlich genießen. Allerdings muss man hier tatsächlich schon relativ nah herangehen, um die Siedlung auch aufdecken zu lassen, weil dieser Nebel ist jetzt schon ziemlich, ziemlich stark. Gucken wir mal, wie sehen diese Felder aus. Auch hier sehen wir viel, viel schönere Reihen. Also da hat man wirklich optisch nochmal ein bisschen in die Tasche gegriffen. Also der Schnee bringt nochmal eine ganz andere Bodenstruktur mit sich. Wäre natürlich auch interessant mal rauszufinden, ob man an den planierten Gebieten bodentexturtechnisch auch noch was verändert hat oder ob das so geblieben ist. Ich sehe das jetzt schon wirklich sehr, sehr schlecht. Wahrscheinlich müssen wir auf den Tagesanbruch warten, der sich jetzt so langsam durchsetzt. Die Sonne schiebt sich jetzt langsam Stück für Stück durch die Wolken. Das Morgengrauen erwacht so langsam. Und ich würde sagen, wir lassen das wirklich auch einfach mal so weiter auf uns wirken. Um die Veränderungen vielleicht auch noch ein bisschen deutlich spürbar werden zu lassen. Also die Bodentextur fällt mir hier wirklich ganz besonders auf. Auch beim Hühnerstall wird interessant sein, wie das dann im Frühling und im Sommer auf uns wirkt. Ob man vielleicht auch nochmal andere Texturen eingesetzt hat. Ja, wirkt wirklich optisch ausgereifter. Ja, jetzt habe ich durch die ganze Pätscherei ganz vergessen, dass wir eigentlich unserem eigentlichen Plan ja folgen wollten und sollten. Wobei dieses Spiel halt auch immer wieder einfach dazu einlädt, sich das Ganze einfach auch mal eine Weile anzugucken und mal auf sich wirken zu lassen. Aber wir machen jetzt einfach trotzdem weiter. Es nützt ja alles nichts. Wir müssen tätig werden. Wir hatten in der letzten Folge unsere Krankheiten beseitigt. Unser Medikus hat Susi und Chloe ja geheilt. Die Gebäude stehen nach wie vor parat und sind bereit. Wir haben vier Bäckereien inzwischen. Wir haben in der letzten Folge ja noch zwei zum Auftrag gegeben, die jetzt hier auch noch platziert sind. Wir haben einen Brunnen. Und ich hätte ganz gerne jetzt ein kleines Dorfzentrum hier mit so einer Statue in der Mitte, mit etwas Laternenschrein ringsherum. Und im Anschluss daran würde ich ganz gerne Wohnhäuser platzieren. Bevor wir da jetzt wirklich in die Vollen gehen, würde ich hier gerne nochmal gucken, ob diese Schräge wirklich auch gut planiert wurde. Hier vorne sehe ich noch so eine kleine Ecke. Da bin ich mir gerade nicht sicher, ob wir die noch ausbessern können. Wir versuchen das mal. Dieser Übergang ist noch nicht so wirklich schön geworden, finde ich. So, da sollen die nochmal die Schippe heransetzen. Das hätte ich gerne noch ein kleines bisschen geschmeidiger umgesetzt, dass hier nicht wirklich einfach so eine Ecke runter bricht. Wir sehen das hier an dieser Lichtreflexion des Schnees oder gefrorenen Schnees. 16 Arbeitskräfte haben wir hier zur Verfügung. Ich mache auch mal die Zeit ein kleines bisschen vorwärts und gucke dem ganzen Treiben hier mal zu. Für all diejenigen von euch, die Mods in diesem Spiel benutzen, gab es durch das letzte Patch den Hinweis der Entwickler, dass einige Mods jetzt nicht mehr funktionieren könnten, was ja eigentlich bekannt ist, dass wenn sich das Spiel weiterentwickelt, Mods erst wieder nachgerüstet und dem Patch angepasst werden müssen. Das heißt auch für diejenigen, die zum Beispiel in der Geschwindigkeitsbalance, also es gibt ja Mods, wo man die Geschwindigkeit auch nochmal deutlich differenzierter eingehen und eingeben kann und die Geschwindigkeit auch noch schneller laufen lassen kann. Für die könnte es Schwierigkeiten geben. Ja, aber so wirklich, schaut mal, so wirklich zufrieden bin ich hier gerade wirklich nicht. Diese Schräge, die ist nicht so toll. Ich weiß gar nicht, was die da treiben. Die nehmen immer so ein kleines bisschen so einen Absatz mit. Müssen sie nochmal ran. Ja, der Winter ist jetzt wirklich sehr, sehr mager dahergekommen. Sehr, sehr verwaschen und vernebelt. Den Tag, den kurzen, den haben wir insofern mitgekriegt, als dass der gar nicht richtig hell geworden ist. Jetzt bin ich gespannt, wie sich das grafisch umsetzt, wenn jetzt das Frühjahr beginnt. So, okay, wir machen mal hier an dieser Stelle weiter. Ich möchte jetzt nicht allzu viel Zeit verlieren, wir gehen jetzt mal in die Planung. Ich möchte hier so eine Andeutung eines Marktplatzes erreichen. Wir haben im Spiel keinen wirklichen Markt, deswegen würde ich sagen, machen wir da nicht lange rum und versuchen mal selbst einen zu basteln. Und dafür gehe ich mal auf die Deko-Gegenstände und suche mir eine große Statue aus. So, diese Statue, die platzieren wir jetzt mal einfach direkt hier in die Mitte. So, da soll sie stehen. Und dann hätte ich gerne... Ja, komm, wir lassen die erstmal bauen und dann bauen wir um diese Statue herum so ein richtiges, schönes, großes, breites, angelegtes Straßennetz. Man hat ja oft auf Marktplätzen die Promenaden, wo also wirklich großflächig die Dorfbewohner hin und her, ja, gehen können, wo vielleicht der ein oder andere Stand drauf Platz finden würde. Sowas deuten wir dann einfach mal an, ergänzt durch das ein oder andere kleine Lichtlein. Ein paar Marktbuden würden dem Spiel natürlich wirklich gut tun. Ja, ich meine, ich kann jetzt die Entwickler da nur beschwören, aber vielleicht kommt sowas noch, dass man so ein kleines bisschen Markttreiben sehen wird für die Bürger, die vielleicht untätig sind oder aber für die Möglichkeit, das kennt man ja aus Banished, dass zum Beispiel Nahrungsmittel aus dem Scheunen, Gelände oder Gebäude dann zu diesem Marktplatz gebracht werden würden und von dort aus dann an Bürger verteilt und verkauft. Das heißt, unsere arbeitende und lebende Bevölkerung würde also nicht, um sich die Nahrungsmittel zu holen, ins Scheunengebäude gehen, sondern die sich von einem Marktplatz holen. Das wäre ein lustiges, kleines, mittelalterliches Markttreiben, auch ein realistisches, wäre natürlich toll, aber ich glaube wohl, dass wir das kaum sehen werden. Ja, dieses Gameplay war gespickt von Informationen, von ersten Spieleindrücken, grafischer Natur in erster Linie, aber auch von tonalen Umsetzungen hier, die wir schon wahrnehmen konnten. Insgesamt wirkt es auf mich hübscher, schöner, realistischer. Auch die Fragezeichen hier, die wirklich immer sehr, sehr störend waren, finde ich, wenn man, gerade wenn man so ein kleines bisschen rausgezoomt hat und sich das dann ein bisschen ansehen wollte, die wirkten sehr, sehr aufgesetzt und sehr erdrückend. Wenn wir jetzt hier ein bisschen rausgehen mit der Kamera, dann sehen wir hier auch diese störenden Fragezeichen nicht, das heißt, diese ländliche Komponente, die hier im Spiel ja durchaus diese Schönheit auch ausmacht, dieses Malerische, die ist auf jeden Fall dadurch viel, viel deutlicher wahrnehmbar, sieht viel, viel hübscher aus. Also, Dankeschön an die Entwicklung, dass hier noch was getan wird und wurde und wir sehen uns dann zu konkreten weiteren Planungen dann im nächsten Gameplay wieder, wenn ihr mögt. Ich danke euch an der Stelle fürs Zusehen, fürs Dabeisein und sage Tschüss und Ade. Ja, bis bald, ihr Lieben.